Was auch immer euch belasten mag, hier bei den Invictus Games wird euch klar werden, dass dies das Sprungbrett war, das euch auf die nächste Ebene katapultiert hat. Hab Spaß, nicht ertrinken. Alles klar. Kein Stress. Um die beste Version eurer selbst zu werden. Die Version, die ihr vermisst habt. Und eure Lieben. Eure Kinder. Wenn ich meinen Sohn Archie frage, was er später mal werden möchte, sagt er an manchen Tagen Astronaut, an anderen Tagen Pilot. Ich erinnere ihn immer daran, dass es, egal was man wird, vor allem auf den Charakter ankommt. Nichts würde seine Mutter und mich stolzer machen, als eben diesen Charakter an ihm zu sehen, den wir heute vor uns sehen. Auszunehmen. Euch. Du hast es versucht. Vielen Dank, guys.